Vernichtet. Und zwar, niemand, ich bin nicht da. Ignoriere mich einfach. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, also ist alles in Ordnung. Und Attacke! Ich bin Jaden, ich bin gekommen, um Rorsch abzuholen. Er war lange genug im Kinderparadies. Das zählt nicht mehr, das ist kein Spaß. Wir wollen nicht. Ich geb jetzt Gas. Ich bin gut. Also mit dieser Machtgeschwindigkeit zusammen, ne? Hat schon, hat schon was. Töte ihn, bevor er schießen kann. Also wenn ich ihn mal töten würde. Also wenn er mal stirbt. Attacke! Drauf! Und Drauf! Oh, wie ein... Was? Ich hab nichts zu sagen. Das war der Typ, der hatte so merkwürdigen Geräusche gemacht. Waffen! Waffen finde ich gut. Nochmal speichern. Ich komme weit, weiter als du glaubst. Wenn du meinst, du hast eine Chance gegen mich. Dann zeig ich dir mal, was meine Laserschwerter mit dir machen, wenn du zu Boden fällst. Bisschen heilen. Speichern wird immer. Warten, bis die Machtenergie ein klein wenig aufgeladen ist. Ich... 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 ...komme eben zum Bauschen gesucht. Lass das, ihr fälligst. Oh, ich hab ihn getötet, ohne dass ich ihn schreife. Lass mich, lass mich in Ruhe. Lass mich. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. Abonnier einen Daumen hoch. So, wo geht's weiter? Rush! 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 Rush, Peenen! Oh, oh, Kontrollpunkt. Das bedeutet immer was Böses. Kennt ihr das? Wenn in Spielen automatisch gespeichert wird, etwas Schreckliches passiert. Rush! 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 Oh, Gott. Nicht die da. Nicht die da. Okay. Guck. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Guck mal. Aua! Bleiben Sie wohl hier hin? Oh, verdammt. Nee, da hab ich ja gar nicht gesehen. Oh, ha, hi, oh. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, Jaden. Wo ist er denn? Ich seh nur, der... ist er tot? Was flätschert hier so? Was flätschert hier so? Das macht mir... What the... Was? Fuuuck. Fuuuck. Oh, meine Waffen sind alle. Scheiße. Okay! Geronimo! Jayden! Run the cell! Nein, nein, nein! Da ist doch Lava, Kind! Die können in der Lava stehen! Gehen einfach woanders hin. Gehen zurück zu Kuhn. Okay, man braucht gar nichts aus! Oh oh! Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Vielleicht, wenn ich dann näher herangehe mit Machtgeschwindigkeit Dann liegt was Hilfe! Oh! Mission gescheitert, sie sind tot! Toll! Danke, das habe ich auch mitgekriegt! Wenn ich noch irgendeine Waffe, die nützlich wäre! Okay! Gehen wir diesmal da lang! Vielleicht ist der Weg erfolgreicher! Lalalalalalalala Lalalalalala Ich bin ein Jayden Hier ist ja gar nichts! Ist ja super! Wollte ich hier hin? Ja, natürlich! Lalalalalala Ich bin nur einfach schneller als die Feinde Dann kann mir ja nichts passieren! Du, 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 da, da, da Der Imperator ist nicht da! Lalalalalalalala Wenn du nichts ausmach Einst du ruck ins Toastgewehr! Hallo! Drauf! Drauf! Trinkt nichts! Scheiße! Verdammt! Olga hat Mist gebaut! Olga braucht eine Ladung! Nachgeladen! Geht überhaupt nichts! Scheiße! Du, 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 da, da! Und den hat zwar nichts gewischt! Nicht zwar auch, aber hey! Komm! Speichern! Ach, verdammt! Da kommt ja schon der nächste Glühfu... I need more Ladung? And now in your face, baby! In your face! Warum hat das gelaggt? Egal. Reicher, zurücklaufen! Aufladen, 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 aufladen. Das war's dann womit aufladen. Nochmal aufladen? Jawohl. Jaden hat erfolgreich überlebt. Was ist das da? Ich dachte, das ist ein Arm oder sowas. Das ist aber nicht so. Wir sind doch irgendwas aus der Energie. Nee. Wie komme ich jetzt da rüber? Ich muss da wohl auf die Platte. Nein, nein. Äh, Spre... Fuck. Ich meinte natürlich... Mist. Ich meinte natürlich, das war die falsche Taste. Déjà-vu. Merkwürdig. Ha, ha, ha. So. Und ich kann fliegen! In die Lava. Die hat ein bisschen wehgetan. Aber das war nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Alles gut. Alles okay. Was ist das? Raketenmunition. Super. Wo muss ich lang? Hier hin. Nochmal speichern. Oder war das... Wo? Ich komme noch von hier. Oder wo? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder wo? Oder nie? Oder was? Oder wie? Oder wie jetzt? Oder wie? Oder wo? Oder was? Nee? Raff ich nicht. Und endlich schreiten. Hallo? Oh, zwei davon. Guten Tag. Stirb. 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 Jetzt. Also nicht ich. Ich meinte der. Verdammt. Jetzt muss ich so weit laufen. Ich laufe mal schneller. Hey, guckt mal. Ich ziehe Partikel hinter mir her, weil ich so schnell bin. Ninja Jade. Ach nee, dann dürfte man sie gar nicht mehr sehen. La 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 la. Hinstellen. Speichern. Voll aufladen. Warten, bis der Balken ganz voll ist. Nochmal speichern. Da reingehen. Machtenergie anschalten. Mord. Den hier. Töten. Töten, töten, töten. Töten. Und dann speichern. Und dann, und dann nochmal das hier drücken. Und dann auf den drauf. Und den da töten, 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 töten. Also, ja. Hat super funktioniert. Du bist ein Feigling. Du bist ein Feigling. Deine Mutter. Deine Mutter. Okay. Ich dachte, die Siths wären stark. Ich? Was hast du denn drauf? Ich dachte, die Siths wären stark. Das funktioniert ja tatsächlich, wenn man diese dämlichen Sprüche wiederholt. Ich bin ein kleines bisschen beleidigt deswegen, weil seine Hand da liegt. Und... Toll. Nochmal zwei von der Sorte. Hallo, ich bin's. Jaden. Uh, Slow-Motion-Sprung-Bam. Hat nicht funktioniert, hab... Beide tot. Ja, so ein Slow-Motion-Sprung-Bam. Also, den habt ihr nicht drauf, ne? Also, mit Hyuga könnt ihr nicht mithalten. Hängt hier zufällig irgend so einer an der Decke? Nee. Attacke! Bleibt, wo ihr seid. Du hast mich ja nicht mal bemerkt. Ich bin so schnell, dass ich nicht freigelaufen bin. So schnell bin ich. Hallo. Hallo. Ne, Jaden. Kommt und schüttet die... die Kopf ab, beziehungsweise schnittst du den Kopf ab. Schießt dann noch jemand? Habt doch was gesehen. Was war das hier dringend? Und so explodiert. Nein. Ich bin einfach zu schnell für euch. Ha. Ha, 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 ha. Oh, oh. Ein Fahrstuhl. Das heißt mir etwas Gutes. Und parodien und aufwärts geht's. Und parodien und aufwärts geht's. Flehen ist sinnlos. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine, deine Mutter. Ich fühle mich mal tot hier. Ja, das ist mir mal schon dick. Oh, da waren ja noch welche. Hallo. Ich renne um zu. Stopp doch mal. Oh. Also nicht, dass ich jetzt als Jedi absichtlich scharf darauf wäre, Leute zu töten. Es ist einfach primär so, dass... Oh, das war ja eine Antioide. Das wollte ich... Entschuldigung. Oh, hallo A2D2. Guter Tod. Ups. Kann ich mal wieder... Uh, ich muss die Seite rollen. Ach, warte. Was kommt denn da angelaufen? Attacke! Einer von denen. Und drauf! Unterbamm! Naja, gut, dann tu einfach nur hier. Abwehr, Abwehr, Abwehr. Abwehr, Abwehr, Abwehr. Äh, das Spiel kennen wir ja schon. Nicht, dass das irgendwie nervig wäre. Und sie? Was wollen sie? Ich bin so schnell wie ihr eigener Schuss. Jawoll. Oh, ihre Hand fliegt dort hinten. Aber ich glaube, die brauchen sie nicht mehr. Ähm, ich wollte sagen, also nicht, dass ich absichtlich für Leute töten würde oder so. Es ist einfach so, dass es einfacher wird, wenn sie sterben. So, ich habe zu gucken können, wie sein eigener Schuss in den Kopf geflogen ist. Faszinierend. Okay, ich gehe erstmal hier. Und schlage. Verstecken ist sinnlos. Ich verstecke mich auch gar nicht. Ich hau gleich drauf. Ganz offen und fair. Hau ich drauf. So, jetzt darf ich mich für eine Tür entscheiden. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Da geht's im Fahrstuhl weiter nach oben. Okay, und wo ging es hier hin? Hallo? Jämmerle, Jägeri. Mutter, Stink nach Stink. Ja, lieber Zitzlotten. Kommt überhaupt alle her? So gut ausgebildete Zitzkrieger an allen Ecken. Oh, deine Hand. Ich habe das zwar nicht mitgekriegt, dass ich die abgeschlagen habe, aber ja. Gut, geht's dann da noch irgendwo um die Ecke? Oh, ja. Geht es? Welch Traum. Schutzschild aktiviert. Schutzschild wird aufgefüllt. Awesome. Speichern. Zurück. Ich könnte auch mal richtig speichern. Speichern. Oh, speichern. Oh, auch sehr awesome. Hallo Katze. Na, willst du auch mal mitspielen? Ja, willst du das? Nein, doch nicht. Hast du Angst vor mir? Bin ich dir zu verrückt? Und Farodin und auf geht's. Hallo. Guten Tag. Na? Sind sie tot? So war es ein Blödes aber auch. Bin ich zu schnell? Ich habe ihren Schatten oben an der Decke gesehen. Aber meinsam, du glaubst, sie hätten irgendwie die Möglichkeit, dass mir das Ideen würde, dass ihr Schatten oben an der Decke hängt. Tuh. Ich bin beleidigt. Katze, nicht das Sofa. Nicht das Sofa. Nicht wie Mama. Mein Bein ist eingeschlafen, weil ich draufgestanden habe. Oh, hallo. Oh, der hat mich doch glatt getötet. So was Blödes aber auch. Da bin ich wieder. Mir geht's gut. Alles ist okay. So. Attacke. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Du stirbst, du stirbst, du stirbst jetzt. Gratsch. Gratsch. Macht Geschwindigkeit. Unendliche Weite. So wie dein Ard ist unendlich weit geflogen. Södele. Dann kann ich schon mal hier wieder speisen. Was ist das? Was ist das? Schild Energie. Oh, das ist ein unsichtbarer, unsichtbarer. Ein unsichtbarer, unsichtbarer. Hier oben muss doch bestimmt noch ein Glühwürmchen sein oder so. Ja, Katze. Finde ich auch, dass da bestimmt irgendwo noch ein Glühwürmchen ist. So, bevor wir jetzt da an die Tür weitergehen, mache ich mal eine Aufnahmepause. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich auch Wäsche waschen. Okay. Super, Leute. Ähm, bis zum nächsten Mal. Keep going. Bye. Bye.